Moin zusammen, hier ist der Tobi von Cara und wir zusammen mit Hans vom Blau-Weiß-Familiencamping. Es ist Episode 2 angesagt, heute geht es um das Thema Freizeitfahrzeuge und ich würde einfach mal einleiten, Hermanns, warum gibt es eigentlich so unglaublich viele verschiedene von denen? Servus ihr Lieben, ja, Freizeitfahrzeuge sind schon echt umfänglich und ich glaube jeder, der will da irgendwas anderes haben, jeder will individuell seine Bedürfnisse erfüllt haben und darum gibt es da die große Auswahl. Der Markt, der boomt gerade aktuell, jeder will auf den Campingzug aufspringen, der eine will es ein bisschen spartanischer, der andere will hier den großen Luxusliner mit Vollausstattung haben und ich glaube, da macht es schon Sinn, dass der Markt da einiges hergibt, Tobi. Da gebe ich dir recht, das geht ja wirklich von bis, ich war schon auf dem Caravansalon in Düsseldorf und habe mir da einige eingeguckt, da war es ja von noch bezahlbar bis, naja, das werde ich mir nie im Leben leisten können, aber alles interessant, alles hatte seine Vor- und Nachteile und ich muss sagen, nicht alles davon und zwar in allen Preislasten hat mir gefallen. Ich gebe dir also recht, für jeden muss was dabei sein. Ja, der Caravansalon, der ist schon absolutes Highlight, Tobi. Also wenn man da mal hinkommt, aus vielleicht ein interessierter oder Neukamper oder einfach mal zum Schauen, also das ist echt atemberaubend, was man da alles so geboten bekommt, sollte man auf jeden Fall mal mitnehmen und ich glaube, da kann man in der untersten Schublade mit einem stinknormalen Familienzelt oder vielleicht sogar mit einem Singlezelt loslegen und dann irgendwo mit einem großen, ausgebauten LKW aufhören. Da ist auch wirklich alles vertreten, also auf dem Caravansalon habe ich alles gesehen, den sollten wir mal anplanen, dass wir ihn zusammen besuchen, da kann ich glaube ich noch viel von dir lernen. Ja, das könnte man gerne mal machen, dass wir da zusammen hin starten, vielleicht können wir da das ein oder andere auch für euch mitnehmen und eine kurze, knappe Podcast-Folge einpacken. Mal schauen. Finde ich eine gute Idee. Aber jetzt zurück zum Freizeitfahrzeug. Du hast eben schon mal das Familienzelt angesprochen. Was hältst du davon, wenn wir das einfach mal so durchgehen von klein nach groß, von günstig nach teuer, von Anfang zu Ende, von keine Ahnung, wie man sortieren will. Wir haben uns eine Sortierung überlegt und ich würde anfangen mit dem Zelt. Das ist so das Einfachste klingt böse. Es soll nicht abwertend sein. Das ist nicht abwertend, aber das Einfachste insofern, als dass es einen geringsten Invest hat und das wenigste Fahrzeug ist an dem Ganzen. Ja, tatsächlich sind auch wir mit dem Zelt eigentlich gestartet, weil es macht schon Sinn, dass man mal überhaupt in das Campingfeeling reinkommt und sieht, ob einem das überhaupt gefällt, ob man gerne irgendwo in der Natur schläft, in der Natur ist, ob man vielleicht irgendwie gern frei mit dem Zelt unterwegs ist. Da gibt es ja echt Möglichkeiten, einfach mal an einem See oder irgendwo im Garten zum Zelten oder halt dann auf dem Campingplatz und sich mal die Campingatmosphäre da am Platz anschaut und da kann man ganz gut und günstiger einschnuppern, wie du sagst. Absolut. Als wir einmal campen waren, haben wir uns mit einer Freundin getroffen, die kam vorbei und hat auch gezeltet. Eigentlich Wohnwagenfahrerin, da war beim Zelt unterwegs, die hatte sowas total cooles. Bei ihr hieß es Fresh and Black. Das ist von einer bestimmten Marke, ich weiß nicht mehr genau, welches es ist, aber da hieß es so. Auf jeden Fall erklärte sie mir, das ist was, wo das Zelt dunkler ist und auch vielleicht ein bisschen kälter im Sommer, aber vor allem dunkler und ich kann bestätigen, sie hat lange geschlafen. Die Sonne war aufgegangen und wir wurden auch schon alle wach, dank den Kindern. Und sie hat noch ganz gemütlich in ihrem Bettchen, in ihrem Zelt gelegen und geschlafen, weil es anscheinend dunkel genug war. Kennst du das? Ja, das funktioniert richtig gut. Wir haben das System auch genutzt, wir haben, wie wir ins Camping-Zelt erleben, wieder eingestiegen sind als Familie, mit einem normalen Bus vor Zelt von Bekannten gezeltet und da war echt das hauptsächliche Problem, dass unser Kleiner halt da nicht richtig eingeschlafen ist, weil es halt noch tierisch hell im Zelt war. Es funktioniert natürlich schon, aber es wird halt dementsprechend spät. Er ist normalerweise um 20 Uhr ins Bett gegangen oder hat er schon geschlafen und im Sommer ist er da doch noch ziemlich hell und da hat es nicht so richtig gut funktioniert. Da sind wir ziemlich schnell auf das fresh and black gestoßen und haben da herausgefunden, dass da doch ein bisschen kühler im Zelt bleiben soll und auch dunkler und in Praxis hat sich das durchaus bewährt. Also wir haben selber besser drin geschlafen, unser Kleiner ist da drin eingeschlafen wie in die eigenen vier Wände zu Hause. Also ein echt komfortables, gutes System. Das ist ja sehr cool. Kann man durchaus empfehlen und ist auch günstig vom Preis-Leistungs-Verhältnis eine Top-Anschaffung gewesen und sind damit dann auch gut ins Camping-Familienleben gestartet. Großer Nachteil für uns beim Camping mit Zelt war halt einfach viel zu viel Equipment im Fahrzeug. Wir hatten eine Dachbox verbaut, aber hatten trotzdem bis zur Oberkante alles gefüllt. Wir hatten unseren Hund dabei, unser Kind dabei, vom Kinderwagen über die Zeltausstattung. Also da kommt schon einiges zusammen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Freunde von uns, die auch Zelter sind, also schon ihr Leben lang Zelten und auch mit zwei Kindern immer Zelten gehen, die sind jetzt umgestiegen, weil denen das auch zu aufwendig war. Ich weiß noch, vor zwei oder drei Jahren waren die in Frankreich unterwegs, da ist er mit dem Sohn mit dem Auto vollbepackt nach Frankreich gefahren und weil sie mit der Tochter nicht so große Luft auf so lange Fahrt hat und auch nicht so viel Platz war. Da haben sie sich ja zu entschieden, nachzufliegen. Also erst mit dem Sohn vor, hat alles vorbereitet, aufgebaut und einen Tag später kam dann die Mutter mit der Tochter nachgeflogen. Finde ich eine sehr, sehr vorbildliche Methode, das so zu machen, zumindest für Frau und Tochter. Aber natürlich, wenn man dann so viel dabei haben muss, ist der Wagen irgendwann klein. Die sind jetzt umgestiegen, die haben sich ein Faltzelt geholt. Das finde ich eine super coole Sache, aber es ist kein Faltwohnwagen, oder? Nee, das ist dann nochmal eine andere Hausnummer. Also Faltzelt ist natürlich schon eine praktische Sache. Da hat man natürlich auch die Möglichkeit, dass man da einen Stauraum halt nur nutzt. Das Ganze ist ja dann normalerweise auf einem PKW-Anhänger aufgebaut, sag ich mal, wo man das Ganze dann schön rausklappen kann und hat da durchaus dann unten drunter Staumöglichkeiten. Es gibt da einige Modelle, die sind sogar so konzipiert, dass der Schlafbereich dann auf dem Anhänger dann noch ist, also dass man gar nicht direkt am Boden liegt und drumherum halt seinen Zeltstoff dann nutzt. Also eine ganz praktische Sache, kann da riesengroße Räume dadurch erschaffen haben, oft auch mehr Platz wie in einem gewöhnlichen Wohnwagen sogar. Das habe ich mir wirklich schon mal angeguckt auch und das ist echt cool. Also ist es nicht meins, ich sage es nochmal, Zelt ist nicht meins, aber das ist cool. Man hat richtig coole Betten da drin, es gibt einen kleinen Küchenausbau teilweise, aber dann ist das preislich auch schon in Richtung von einem günstigen oder einem Einstiegswohnwagen. Da gebe ich dir recht, auch wenn das viel Platz bietet. Aber die letzte Zeltmethode in der Reihe, die mir noch einfällt, ist ein Dachzelt. Das ist auch noch eine Möglichkeit, mit dem Zelt umzugehen. Das ist also, glaube ich, einfach ein Zelt auf dem Dach. Kann ich da einfach mein Wurfzelt aufs Dach draufschmeißen und bin ein Dachzelter oder wie funktioniert das Ganze? Ja, das ist echt ein sehr beliebtes Thema gerade. Das wird immer mehr gehypt und gibt es auch immer mehr verschiedene Modelle und Hersteller. Gibt es auch mittlerweile im Baumarkt schon zum Kaufen, habe ich gesehen. Also man muss nicht mal mehr zum Campingfachhändler für ein Dachzelt. Also das ist gerade ein richtiger Boom. Das ganze Teil wird natürlich fest verankert auf dem Dach, auf einer Dachreling. Also ohne Verankerung funktioniert das Ganze nicht mit einem normalen Zelt auf dem Dach. Schade. Aber mittlerweile echt komfortabel. Da gibt es Möglichkeiten, wo das Ganze dann auch nach außen ausgeklappt wird, dass man da richtig große Liegeflächen schafft. Und dann halt mit einer schönen Aluminiumleiter in den meisten Fällen halt dann da aufs Dach vom Fahrzeug kommt, in das Zelt kommt und teilweise Flächen für eine ganze Familie bietet. War natürlich eine rhetorische Frage. Ist mir schon klar, dass es kein Wurfzelt ist. Habe ich mir auch schon angeschaut. Und zwar auf einem Chemieplatz, wo wir waren, hatten die Betreiber da eine kleine Siedlung gebaut und das Ganze sogar ohne Autodach. Denn die haben einfach eine erhöhte Plattform aus Holz gebaut und da Dachzelt drauf gesetzt. Fand ich eine total coole Sache. Man hatte dann so seine, ich sag mal, wie so eine Baumhausfläche, wo man sich drauf aufhalten konnte und daneben dann sein Zelt etwas erhöht auf ein Podest drauf gebaut. Ich finde es ganz cool. Für mich ist das noch eine der ehest vorstellbaren Zeltmöglichkeiten, weil man ein festes Dach haben kann oder auch einen festen Boden hat. Man ist hoch auf dem Fahrzeug. Das heißt also, wenn es regnet und es auch mal sehr viel regnet, man sitzt irgendwann nicht im Wasser drin. Zumindest mit großer Wahrscheinlichkeit. Aber was schreckt euch denn so richtig am Zelten ab, Tobi? Ja, ich kann es dir sagen. Das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Das ist die Toilette. Ich brauche auch irgendwie immer eine Toilette dabei. Das fehlt mir da. Ich habe keine Lust, mitten in der Nacht bei kalten Temperaturen einmal über den ganzen Platz zu stapfen. Ja, da wollte ich jetzt drauf hinaus, Tobi. Das habe ich mir schon fast gedacht. Das ist ja bei den meisten so, dass sie sagen, ja, uns fehlt einfach unser eigener Komfortbereich, was die Nasszelle und die Toilette angeht. Nasszelle an sich kann man jetzt natürlich nicht so einfach machen. Es gibt Möglichkeiten, eine Dusche, eine mobile Sicht zum Besorgen und mitzunehmen. Das ist halt nicht ganz so kompakt. Da muss man halt doch einige schleppen. Aber die Toilette lässt sich dann doch ganz gut durch ein Porta-Potti ersetzen. Dass ja viele im, sagen wir mal, Bully-Vavibus-Bereich schon nutzen oder eben auch beim Zelten dabei haben. Also das ist, glaube ich, eine ganz kommode Sache und kann man dann auch ganz gut auf dem Campingplatz wieder entsorgen, wie eine normale Chemie-Toilette. Du hast recht, das habe ich schon mal gehört, Porta-Potti. Ist vielleicht eine Alternative im Bereich Falt-Zelt für mich? Also das wäre vielleicht noch so, ich sage, bei schönem Wetter, ja, mit so einem Stoff um sich rum, große Fläche. Man kann sich einen Platz schaffen mit dem Porta-Potti, wo man auch mal mit Ruhe auf die Toilette gehen kann. Das finde ich eine coole Sache. Mache ich mir nochmal Gedanken drüber. Aber ich bin mit meinem Wohnwagen erstmal zufrieden. Und ich würde sagen, da springen wir als nächstes Mal rein, oder? Ja, können wir gerne machen. Wohnwagen ist ja dann doch die große Palette geboten. Da gibt es ja alles. Vom kleinen, kompakten Wohnwagen, der selbst an einem Trike oder einem kleinen Pkw montiert werden kann, der keine großen Zugkräfte hat, der keine große Stützlast aushält, kann man da mittlerweile sich einen kompakten Wohnwagen holen oder eben einen großen Tandem-Luxus-Liner-Wohnwagen, der oft dann teilweise auch fest auf dem Campingplatz steht, weil er eigentlich gar nicht mehr alltagsfahrtauglich auf der Straße ist. Also da hat man Möglichkeiten, die alle Dimensionen sprengen mittlerweile mit Panoramafenster und was man nicht alles so gesehen hat. Was habt ihr denn für einen tollen Wohnwagen geholt oder was würdest du sagen, wo geht denn die Reise hin beim Wohnwagen, wo fängt man an, wo hört man auf? Oh, das ist ganz, ganz schwer zu sagen. Wir haben angefangen bei einem Gebrauchten und haben uns überlegt, ob wir uns den kaufen. Für uns war die Entscheidung damals aufgrund der Boom-Zeiten und der geringen Preisdifferenz bei jungen Gebrauchten zu Neuwagen, zu neuen Fahrzeugen. Was uns wichtig war, waren so ein paar Punkte wie, dass wir ein vernünftiges Bett haben, die Toilette, die ich schon mal angesprochen habe, eine bestimmte Größe wollten wir aber auch haben. Ich habe immer gesagt, so etwas ganz Kleines möchte ich nicht. Ich finde es super faszinierend, habe auch schon einige angeguckt, waren ein paar schon drin. Wie gesagt, auf der Messe habe ich mir viel angesehen. Aber zu groß sollte es wieder auch nicht werden. Es gibt ja wirklich alles. Man kann ja von einem kleinen, ich weiß nicht, 2,50 Meter, 3 Meter Anhänger bis hin zu, naja, der große Kabe hat irgendwas um die 12 Meter, glaube ich, an Länge. Da gibt es ja fast alles, was man haben kann. Wir haben uns auf den Weinsberg Carasito 500 QDK geeinigt. Der bietet alles, was wir wollten. Vor allem war er preislich interessant für uns. Und ja, wir sind total zufrieden damit. Ihr hattet ja auch einen Wohnwagen. Ihr wart aber was kleiner unterwegs als wir, oder? Ja, genau. Eure 5-Meter-Klasse ist für uns nicht in Frage gekommen. Da ist ja doch das gute Mittelfeld. Die 5-Meter-Klasse fahren ja doch vom Familien, aber auch über Parameter, Längsbetten und so weiter. Die Grundrisse auf 5 Meter. Wir haben 4,20 QD gehabt. Ein Knars Sport 4,20 QD, um genau zu sein. Von der Ausstattung her halt. Alles, was Knars zu bieten hat, war da in dem Fahrzeug schon drin, obwohl es jetzt noch nicht die Oberklasse war. Aber er hat da echt den Möbelbau und alles von den Premium-Fahrzeugen drin gehabt. Und das war uns eigentlich auch ziemlich wichtig. Wir haben die Fahrzeuge, wie du sagst, auf die Messen, bei den Händlern und so weiter uns vorab angeschaut. Und da hat man halt schon einen deutlichen Unterschied gemerkt, was für Materialien, was für Möbelbau da verwendet wird. Und bei dem Knars Sport hat man halt auch noch den Vorteil, dass da ganz gute Ausstattung serienmäßig war. Wir wollten halt optisch ein bisschen was Moderneres haben mit glatten Außenblech. Das Hammerschlagblech hat uns jetzt nicht mehr so zugesagt, dass er jahrzehntelang eigentlich im Caravan-Bereich im Einsatz war. Wir wollten das Glattblech haben mit einer schönen Folierung drauf, mit schönen Alufärgen und das haben wir alles beim Knaus gefunden. In unserem Fall war ein Doppelgewerbett im Bug verbaut. Wir sind aber mit Kindern unterwegs, von denen haben wir einen dritten Schlafplatz braucht. Den hat das Fahrzeug in der Hecksitzgruppe, in der Heckseitensitzgruppe war das, geboten, die man einfach umbauen kann zum dritten Schlafplatz. Und so haben wir uns gedacht, ist das das perfekte Fahrzeug für uns mit drei Schlafplätze, kompakt, wendig, kriegt man überall leicht einrangiert, kann man zu Hause gut unterstellen und sind damit auch super gefahren. Unser Kleiner war dann im ersten Jahr drei Jahre alt, wo wir mit dem Fahrzeug unterwegs waren, hat dann bei uns die meiste Zeit im Bett geschlafen. Haben dann aber schnell festgestellt, wenn wir das eigene Bett für ihn umbauen wollen, dass das eigentlich nicht so komfortabel ist, weil wir ja da gerne am Abend sitzen wollen in der Hecksitzgruppe und den Platz dann nicht für ihn als Bett nutzen wollen. Und haben uns dann einen dritten festen Schlafplatz selbst eingebaut, als Stockbettlösung über unser Querbett. Das war dann auch der ausschlaggebende Punkt, warum wir dann doch auf ein anderes Campingfahrzeug jetzt umgestiegen sind, um ein bisschen mobiler zu sein und um drei feste Schlafplätze zu haben und nicht mehr umbauen zu müssen. Das ist unglaublich. Da bieten Wohnwagen schon wirklich eigentlich alles, was man sich vorstellen kann und du baust trotzdem noch mal was selber daran um. Also trotz, dass es fast alles gibt, für dich gab es ja nicht das Richtige. Aber zum Glück bietet ja immer der Heimwerker die Möglichkeit, das auch noch anzupassen. Ja, das ist ja doch mein größtes Hobby, was ich gerade habe, meine Leidenschaft, das Camping. Und das macht schon richtig Spaß, da das Fahrzeug zum Optimieren und umzubauen. Natürlich kann man sich viel serienmäßig reinstellen, aber ich glaube, die meisten Camper, die wollen ein bisschen Individualität haben. Wenn sie nicht gerade groß umgebaut wird, dann wird meistens zumindest in der Abteilung Deko ein bisschen was getan am Campingfahrzeug. Das ist ja bei euch, glaube ich, auch so, Tobi, was man immer so auf eure Instagram-Posts sieht. Absolut, das kommt auf die Kappe meiner Frau. Da ist sie maßgeblich drin. Sie sorgt für die schöne Deko. Ich genieße die dann nur. Und ja, ich bin ein Freund davon. Es ist nicht, dass ich es nicht haben will. Aber ich gebe dir recht, ein bisschen was Umbauen am Wohnwagen ist dann doch schon immer schön und muss auch sein. Darum haben wir uns auch für unseren am Ende entschieden und leben damit, dass wir ein bisschen was anpassen müssen mit Perfektes für uns. Aber ich glaube, auch wenn wir etwas Besseres, Größeres, Teureres oder irgendwas anderes geholt hätten, wäre es nicht so perfekt, dass wir zufrieden gewesen wären. Nochmal kurz zusammengefasst, ein Wohnwagen kann fast alles sein. Wir hatten jetzt Längen dabei von 3 Meter bis 10, 12 Meter Länge. Es gibt Breiten von irgendwie 2 Meter oder 2,20 Meter bis 2,50 Meter Breite dabei. Man hat fast jede Bettkombination, die ich vorstellen kann. Also für Paare oder Einzelreisende gibt es von Einzelbetten über ganz große Doppelbetten, französische Betten bis hin zu Querbetten eigentlich alles dabei. Mittlerweile haben wir sogar die Hubbetten Einzug erhalten in die Wohnwagen. Also da ist keine Grenze mehr gesetzt. Das gibt wirklich alles. Da hast du definitiv recht. Die habe ich ganz vergessen. Grundrisstechnisch gibt es ja auch Möglichkeiten ohne Ende, wo man seine Nasszelle haben will, wo der Küchenblock sein soll. Also ich glaube, da findet jeder die individuelle Lösung, die für ihn ansprechend ist und mit der er sich vorstellen kann, länger auf Reisen zu sein oder auf dem Stellplatz zu stehen. Also auf jeden Fall. Und auch für Kinder gibt es da ganz viele Möglichkeiten, sei es verschiedene Doppelstock- oder Dreifachstockbettmöglichkeiten. Manche bieten auch zum Beispiel ein richtiges kleines Kinderzimmer dabei. Das gibt es schon ganz tolle Sachen, die wirklich für jeden was dabei haben sollten. Und deswegen glaube ich, ist der Wohnwagen auch so unglaublich beliebt. Es gibt noch etwas, was sehr, sehr beliebt ist. Das ist für mich der Bus, Bulli, Nugget, irgendwie sowas in der Größe. Also eigentlich ein kleines Fahrzeug. Fertig ausgebaut, total alltagstauglich. Ist das für euch die nächste Lösung oder nicht? Ja, nicht ganz, Tobi. Wie du sagst, das ist ein super alltagstaugliches Fahrzeug, so ein Bulli oder Nugget. Da gibt es auch jede Menge Ausbauer, die dir auf diese Fahrzeuge setzen, weil sie eben so kompakt sind, auf jedem Parkplatz noch passen. Oft auch noch in die Tiefgaragen passen, wenn jetzt nicht ein GFK-Dachaufbau drauf ist. Dann kann man die super im Alltag nutzen. Aber da haben wir halt immer noch Einschränkungen, die wir nicht eingehen wollen. Das wäre für uns vom Wohnwagen eigentlich sogar ein Rückschritt. Man hat normalerweise keine feste Nasszelle drin, keine feste Toilette drin verbaut. Ist dann doch ein bisschen eingeschränkter in dem Ganzen. Da kommen wir wieder zum Porta-Potty zurück. Da kommen wir wieder zum Porta-Potty zurück, genau. Da müssten wir wieder die mobile Toilettenlösung nutzen. Und kann halt dann meistens seine Sitze nur aus Schlafgelegenheit umbauen. Wenn man keine GFK-Box aus Dachschlafgelegenheit hat, muss man im Innenraum irgendwie seine Schlafgelegenheit schaffen. Hat dann mit Kindern auch das Problem, dass man irgendwo die Kindersitze im Endeffekt unterbringen muss. Das wäre bei uns alles nicht so einfach umsetzbar. Darum ist das nicht unsere Alternative. Aber dennoch, glaube ich, ein sehr beliebtes Fahrzeug. Und der Markt gibt es ja her. Da gibt es von jedem Ausbauer und von jedem Hersteller mittlerweile Fahrzeuge im Sortiment in der Kategorie. Wir steigen da einfach eine Nummer größer ein beim Campervan. Oha. Also nochmal kurz zurück zum Bulli. Ich kenne auch viele, die auch mit Familie mit sowas fahren. Mir wäre es, wie du gerade beschrieben hast, auch ein bisschen zu klein. Das wäre mir zu kompakt. Aber der Campervan bietet da mehr. Das habe ich schon gehört. Habe auch schon gesehen auf der Messe, was es da so gibt. Die Dinger können richtig groß sein. Fangen meist schon bei 5,5 Meter an und gehen so um den dicken Daumen bis 7,5 Meter irgendwas. Was holt ihr euch denn da? Ja, da gibt es echt auch wieder die große Auswahl. Da hast du recht. Aber für uns gibt es da ein paar Kriterien, die wir unbedingt haben wollten. Und die auch für uns am meisten Sinn machen. Wo wir ja denken, dass es für viele andere Sinn machen wird. Und wie du sagst, das Ganze fängt meistens bei 5,40 Meter an. Und bei 5,40 Meter hat man, wenn man Querbetten hat, eigentlich keine große Dienette mehr, keine große Sitzgelegenheit mehr. Und wenn man Längsbetten haben will, die viele bevorzugen, dann hat man eigentlich gar keine Möglichkeit mehr für eine Sitzgelegenheit. Dann kann man eigentlich nur noch seine Sitze nutzen und hat keinen Tisch mehr. Und darum ist das ein Fahrzeug, das was für viele gar keinen Sinn nicht macht. Maximal für ein paar. Aber da wird es halt auch schon begrenzt, wenn man kein Aufstelldach hat. Darum steigen da viele beim 5,40 Meter Fahrzeug einfach auf ein Aufstelldach ein. Dass man oben den Schlafplatz auslagert und unten die Fläche als Wohnfläche nutzen kann. Da macht das Ganze dann durchaus Sinn. Nächste Stufe wäre eher das 6 Meter Fahrzeug. Und das 6 Meter Fahrzeug ist auch unser Favorit. Das holen wir uns auch. Da hat man noch nicht die einschneidenden Sachen, wie beim 6,40 Meter Fahrzeug, wo es dann doch Begrenzungen gibt. Wo man mehr Maut zahlt, wo man in die LKW-Klasse reinfällt, wo man Geschwindigkeitsbegrenzungen und so weiter hat. Und das hat man beim 6 Meter Fahrzeug noch nicht. Hat eben die 60 Zentimeter mehr im Innenraum, die man dann auch braucht, um eine vernünftige Dienette zu gestalten. Man hat da im Heckbereich, in unserem Fall, einen Doppelquerbett. Darüber haben wir ein Stockbett, wo zwei Kinder Platz finden. Das Ganze lässt sich bei uns zusammenschieben zu einem Bett, wo dann unser Sohnemann oben schlafen wird und wir unten. Also eigentlich ein Doppelbett, Doppelstockbett, Doppelbett. Genau, ein Doppelstockbett ist das genau richtig. Eigentlich eine ganz praktische Lösung. Und man kommt da auch mit der normalen H2-Höhe von den Fahrzeugen hin. Die Fahrzeuge gibt es alle in verschiedenen Höhen. H1, H2, H3 meistens. Oder halt dann noch einen zusätzlichen GFK-Aufbau oben drauf. Da kommt man dann noch ein Stück höher. Wir haben die H2-Höhe. Das ist die normale Stehhöhe, sage ich jetzt mal. Das ist die gängigste Höhe. Und von der Länge wäre es dann die L2-Länge, die 6 Meter Länge. Also H2, L2, das Allround-Fahrzeug für die meisten. Egal, ob es für zwei Personen dann mit Längsbetten oder für vier Personen, wie in unserem Fall, dann mit Querbetten. Oder als Hubbett-Lösung gibt es das auch. Hubbett im Heck oder Hubbett über die Nette. Bei Hubbett über die Nette wäre es meistens dann auch ein höheres Fahrzeug, schon wieder H3, damit man das Ganze dann unterbringt. Die habe ich mir auf der Messe mal angeschaut. Das wäre für uns eine Alternative gewesen, wenn wir einen Camper-Van hätten haben wollen. Das ist sehr eingeschränkt, aber das liegt daran, dass für uns das nicht die richtige Form des Reisens ist. Aber mit dem Hubbett über die Nette ist eine richtig gute Lösung, aber ein sauberhohes Fahrzeug direkt. Ja, das ist ja auch sehr beliebt, wie du sagst, mit Aufstelldach oder mit Hubbett. Die zwei Sachen sind bei den meisten Familien der Renner. Die sind beliebt, die sind gefragt, die werden den Händlern aus den Händen gerissen. Aber die meisten haben dann nicht auf dem Schirm, dass sie das zulässige Gesamtgewicht von den Fahrzeugen irgendwo im Auge behalten müssen. Und da wird es schon sehr grenzwertig. Also man ist da hier mit einem dreieinhalb Tonnen Fahrzeug maximal unterwegs. Außer man lastet das Ganze auf, wenn man einen größeren Führerschein hat. Aber solange man das Ganze mit einem normalen PKP-V-Führerschein fahren möchte, muss man halt eben die dreieinhalb Tonnen einhalten. Und wenn man dann das schwere Hubgestänge-Hubbett, das ja meistens elektrisch ist, und dann mit vier Personen hier unterwegs ist, die Beladung für vier Personen dabei hat, sei es Gepäck, sei es Wasserreserven und so weiter, dann kommt man da schnell an die Gewichtsgrenzen. Beim Wohnwagen haben wir das vorher ein bisschen außen vor lassen. Da muss man auch immer gleich von Haus auf über eine Auflastung nachdenken, damit man da genug Puffer hat, um alltägliche Sachen und auch ein bisschen das Freizeitequipment mitnehmen zu können. Und ein bisschen extremer ist halt einfach beim Campervan, weil da alles auf ein Fahrzeug aufgeteilt werden muss. Beim Caravan hat man ja nur die Möglichkeit, ein bisschen was auf dem PKP auszulagern. Garantiert. Das Thema Gewicht bei Campervan, Wohnmobil oder auch Wohnwagen ist nochmal was ganz eigenes. Ich glaube, darüber reden wir in einer Extrafolge nochmal. Da habe ich schon irgendwie sowas in Planung, wenn ich ehrlich sein darf. Aber ich gebe dir vollkommen recht, das muss man beachten, vor allem bei so einem Fahrzeug, wo man ein Hubbett hat und wo man vier Personen reisen will. Habe ich auch schon öfter gehört, dass das grenzwertig sein kann. Für uns war es keine Alternative, aber es scheint für euch die perfekte Lösung zu sein. Finde ich total cool. Ja, es wird auf jeden Fall ein toller Umstieg für uns, da bin ich mir schon sicher. Da freue ich mich auch schon richtig, euch da ein bisschen was zu erzählen, wie das dann läuft, der Umstieg vom Wohnwagen auf den Campervan. Und ja, da werden wir eine tolle Zeit damit haben, glaube ich. Und sind auf jeden Fall dann definitiv flexibler unterwegs wie mit dem Wohnwagen, wenn wir dann nicht länger auf einem Stellplatz bleiben wollen. Und dass uns jetzt ein bisschen unser Reiseverhalten verändern wird und ein bisschen neue Wege eröffnen wird. Da bin ich ganz gespannt drauf. Wir haben noch eine Klasse, eine Gruppe, die ich erwähnen möchte oder die wir erwähnen möchten und müssen. Das ist ein sehr, sehr großer und wichtiger Bereich im Bereich der Freizeitfahrzeuge. Das sind die Wohnmobile. Und da gibt es ganz viele verschiedene Sachen. Ich habe schon öfter mal eine Alkoven gehört. Ich habe schon voll integriert und teilintegriert gesehen. Denn mittlerweile weiß ich, dank deiner Hilfe und auch ein bisschen Recherche, was ist der Unterschied. Aber möchtest du nochmal einfach erklären, was denn am teilintegrierten das teilintegrierte ist? Ja, gern. Da steigen wir gleich damit ein. Teilintegriert beruht immer auf einer Basis von einem Kastenwagen. Der Kastenwagen wird der Kasten wegschnitten. Das Fahrerhaus bleibt übrig. Also eigentlich nichts anderes als ein Camper-Van ohne Heck dran. Genau. Also die Aufbauer kriegen direkt vom Hersteller die Fahrerkabine mit dem Rahmen unten drunter geliefert. Ohne dem Metallgehäuse hinten dran, würde ich es jetzt einfach mal beschreiben. Und darauf wird dann der GfK-Aufbau gesetzt. Aufbaut direkt vom Freizeitfahrzeugehersteller. Und hat man dadurch halt bessere Möglichkeiten, das Ganze ein bisschen zum Gestalten. Man hat meistens eine bessere Isolierung, weil man einen besseren Wandaufbau hat. Das ist halt dann teilweise so ein Sandwich-Aufbau, wie es jetzt auch vom Caravan gewohnt ist in der oberen Preisklasse, sage ich mal. Und man hat da nicht die großen Flächen an die Türen, wie an der Schiebetür beim Camper-Van oder an die Heckklappen, wo halt direkt die Wärme verloren geht. Man hat da einen viel besser isolierten Bereich. Das macht das Ganze natürlich schon ein bisschen wohnlicher, hochwertiger und auch besser für den Winter tauglich. Natürlich hat man meistens mehr Aufbaubreite. Das Ganze wird meistens nicht auf die Maße vom Kastenwagen kommen, sondern man kommt da durchaus mal 20, 30 Zentimeter breiter raus. Und es ist vielleicht nicht ganz so alltagstauglich. Meistens werden die Fahrzeuge auch ein bisschen länger gebaut. Das wird schon meistens Richtung Freizeitfahrzeug getrimmt und nicht mehr als alltagstauglichen Kastenwagen zum Nutzen. Gebe ich dir vollkommen recht. Wir haben uns die Augen geschaut auf der Messe. Das war für mich schon direkt ein Punkt, wo ich sage, da fühle ich mich wohler drin als im Camper-Van, weil es halt mehr Raum, mehr Fläche bietet, weil es breiter ist. Aber als Alltagsfahrzeug möchte ich damit nicht immer fahren. Was ich am Teil integrierten gut finde, ist, dass man halt noch das Original-Fahrerhäuschen, die Original-Fahrerkabine behält. Die ganzen Sachen wie Türen und auch das ganze Amaturenbrett und diese ganzen Bauten, die halt vom Hersteller des Chassis kommen. Das sind Dinge, die sehr, sehr viel gebaut werden. Die kennen sich damit gut aus. Und der Freizeitfahrzeughersteller kann sich auf das konzentrieren, womit er sich auskennt, nämlich den ganzen Freizeitfahrzeugteilen, also den ganzen Wohnaufbau des ganzen Wohnmobils. Ja, es macht durchaus Sinn und die sind da drauf bedacht, die ganzen Chassishersteller, das denen perfekt anzuliefern. Also die liefern die Schnittstellen alle so, wie die Freizeitcaravan-Mobilhersteller sich das wünschen und machen das da alles denen möglich, dass sie da perfekt das synchronisieren können und das alles zusammenpasst. Das klingt super. So ein Alkoven ist eigentlich nichts anderes als ein Teilentgierter mit einem Buckel oben drauf, wenn ich es mal richtig gesehen habe. Richtig. Da hat man seinen schönen, tollen Schlafbereich dann nach oben verlagert über die Fahrerkabine und hat dadurch einen enormen Raumgewinn. Kann eine größere Heckgarage dimensionieren oder hat mehr Wohnfläche im Innenraum, weil man eben seinen Schlafbereich dann nach oben verlagert. Oder hat halt eben eine zweite Schlafmöglichkeit dann eben für ein Doppelbett für die Eltern und für die Kinder halt dann eine separate Schlafmöglichkeit. Also da hat man freie Hand dann, wo man sich dann zum Schlafen am liebsten hinlegt, wo man sich zurückziehen will und hat dann ein bisschen mehr Wohnraum gewonnen durch das Ganze. Absolut. Das wäre, glaube ich, für uns auch eine Möglichkeit, ein Wohnmobil zu nutzen, dass man die Kinder nach oben über die Fahrerkabine verbannt und wir hinten ein schönes, großes Bett haben können. Das war das, was mich an der Alkoven gereizt hat. Vollintegriert bietet da noch ein bisschen mehr Chancen, vor allem weil man da auch oft das von dir eben schon mal angesprochene Hubbett über der Dinette oder über dem Sitzbereich und dem Fahrerkabinenbereich haben kann. Sieht auch meiner Meinung nach total cool aus und vollintegriert da so ein riesiges Schiff mit einer gefühlt 17 Quadratmeter großen Frontscheibe. Ja, das ist schon drauf, so ein vollintegrierter, die ganzen Liner, die da auf dem Markt sind und mittlerweile auch im Einstiegssegment gibt es mittlerweile da auch ganz tolle Fahrzeuge. Also da kann man sich dann alle Wünsche erfüllen, macht optisch natürlich einiges her. Wie du sagst, da bleiben dann keine Wünsche offen. Da wird man natürlich auch gesehen, da muss man auch gesehen werden wollen, weil wenn man mit sowas auf dem Campingplatz rollt, dann schaut da natürlich jeder drauf, das ist ganz klar. Und genau da bist du beim Thema auf dem Campingplatz rollen oder allgemein damit fahren, alltagstauglich ist das für mich gar nicht mehr, damit würde ich nie jeden Tag fahren wollen. Ich finde es aber, glaube ich auch, weil sie auch gerne recht lang werden, die Fahrzeuge und auch breit werden, ich glaube zu fahren ist das gar nicht einfach. Ich meine, wir wollen nicht sagen, dass so ein Wohnwagengespann wie Mainz zum Beispiel super leicht zu fahren ist, aber es kann halt in der Mitte knicken, es noch ein bisschen leichter zu fahren, vielleicht als ein Fahrzeug, was insgesamt lang und breit und hoch ist. Zumindest kann man ein bisschen mehr Überblick haben. Geht alles, kann man machen, ist auch total cool, bietet viele Möglichkeiten, für mich wäre es aber, glaube ich, dann doch zu groß. Ja, da kommen die ja auf die Campingplätze durchaus an ihre Grenzen, das sieht man ja öfters mal. Es sind teilweise ja extra Bereiche für diese Fahrzeuge eingerichtet, teilweise gleich im Einfahrtsbereich irgendwo, damit dann irgendwie der Wenderadius gegeben ist, dass man da dann irgendwie noch auf die Parzelle einrangieren kann. Oder man kann ja dementsprechend irgendwelche großen Luxusparzellen sich buchen, wo die Fahrzeuge draufpassen, wo dann irgendwie die Zufahrt gewährleistet ist. Aber auf die Standardparzellen passen diese Fahrzeuge meistens nicht und machen da keinen Sinn nicht. Also da geht ja vollkommen rechts. Für den Alltag ist das definitiv nichts. Das ist dann reines Freizeitfahrzeug. Aber der Hingucker kann auch ein toller Zweitwohnsitz sein. Jetzt haben wir uns ganz viel angehört. Wir haben viel darüber gesprochen, was es gibt, welche Möglichkeiten haben wir. Ich glaube, wir haben sogar eine ausgelassen, das ist so ein Mikrocamper. Also wenn man sich so ein kleineres Fahrzeug als ein Bulli selber ausbaut, gibt es auch auf dem Markt. Aber es gibt ganz viel. Es gibt eigentlich für jeden was. Aber was ist denn am Ende für wen das Richtige? Ich glaube, ihr habt es schon ein bisschen rausgehört. So richtig gibt es das nicht. Was ist für wen das Richtige? Das muss jeder selber entscheiden. Jeder muss sagen, was ist eigentlich für mich das Richtige und welche Anforderungen habe ich? Was möchte ich damit machen? Wo will ich damit hin? Hans und ich haben schon ein bisschen beschrieben, was wir wollen. Ich würde sagen, Hans, fass nochmal kurz zusammen, warum es der Wohnwagen nicht ist. Dann erzähle ich, warum es mein Wohnwagen ist und dann darfst du sagen, warum es jetzt ein Camper-Van bei euch sein wird. Ja, gerne. Da lassen wir noch ein paar Worte für euch hier. Der Wohnwagen war eigentlich unsere Wunschvorstellung. Wir waren auch super zufrieden mit dem Fahrzeug. Die Verarbeitung, die Qualität, der Grundriss hat für uns gepasst. Selbst wenn die Sitzgruppe umzubauen nicht die optimale Lösung war für den Schlafplatz, haben wir uns ja daran super damit arrangiert, einen eigenen Schlafplatz für den Kleinen zu machen. Aber das, was wir uns erhofft hatten, dass wir länger auf einem Platz stehen, dass der Kleine da super schnell Freundschaften knüpft, das, was er durchaus auf jeden Fall gemacht hat. Die Kinder kommen super schnell auf den Campingplatz aufeinander zu und schließen da Freundschaften und haben da schon viel Spaß dran, war nicht unser Reiseverhalten, wie wir es uns vorgestellt hatten. Das Fahrzeug, das ist ein PKW, den wir uns gedacht haben, den wir dann für Ausflüge nutzen können, haben wir kein einziges Mal in den 80 Tagen, wo wir mit dem Wohnwagen unterwegs waren, gebraucht, genutzt. Wir hatten immer unsere E-Bikes dabei, waren mit denen flexibel unterwegs. Daher ist der Wohnwagen für uns immer weniger interessant geworden. Wir wollten eigentlich von einem Platz zum anderen, wir wollten ein bisschen was vom Land, von den Leuten sehen, wollten ein bisschen mehr rumkommen und nicht am Abend wieder auf den Kleinstellplatz zurück müssen. Und von dem her haben wir uns jetzt gegen den Wohnwagen entschieden. Aktuell, die Marktlage gibt es ja her, den Gut zum Verkaufen und darum wird es jetzt dann wahrscheinlich ein Camper werden und ein bisschen mehr zu unserem Camper werden, gibt es dann gleich noch. Wenn der Tobi uns gesagt hat, was er an seinem Wohnwagen denn so liebt oder ihr zusammen, die ganze Familie, Tobi, was macht es aus? Ja, was macht es aus? Ich habe es, glaube ich, schon ganz oft gesagt, für mich auf jeden Fall die Toilette gar keine Frage. Nein, aber es ist nicht nur das gewesen. Also es ist natürlich, ich wollte was Festes um uns rum haben, deswegen flog ein Zelt und sowas alles für uns raus. Uns war wichtig, dass wir ein Doppelstockbett für die Kinder haben. Wir wollten ein festes Elternbett haben und eine feste Sitzgruppe. Das heißt also, alles drei sollte da sein und ich hatte keine Lust, die Sitzgruppe umzubauen, damit dann wir drin schlafen können oder morgens umzubauen, damit wir frühstücken können, wenn das Wetter doch mal kühler ist. Und das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal so gemacht. Für uns war das Richtige ein Querbett für die Eltern, ein Doppelstockbett für die Kinder und eine feste Dinette in der Mitte. Und danach haben wir gesucht. Das hat das Ganze schon ganz schön eingeschränkt. Warum es ein Wohnwagen geworden ist, ist so ein bisschen das, was du eben gesagt hast, warum es bei euch keiner mehr ist. Wir wollten das Auto verfügbar haben. Zum einen haben wir ein Auto verfügbar, was ich gut dafür nutzen kann. Zum anderen ist es für uns aber auch praktisch ein Auto da zu haben, um vom Platz losfahren zu können, zum Einkaufen, um was zu erleben, um was zu sehen. Und anders als ihr haben wir es genutzt. Wir hatten sicherlich Cramping-Trips dabei, vor allem wenn es mal so ein Wochenende war, vielleicht auch mit Freunden dabei, wo wir den Wagen überhaupt nicht benutzt haben. Angekommen, abgestellt und er ist wieder losgefahren, als wir weggefahren sind in ein paar Tagen. Aber wir hatten auch Trips dabei, wo wir dann einfach gesagt haben, wir sind angekommen, das ist schön hier, aber am nächsten Tag möchten wir doch was sehen. Und wenn wir was sehen, setzen wir uns ins Auto und fahren einfach mal in die nächst bessere Stadt oder fahren mal an den und den See eine Runde spazieren und gucken uns was an. Und dann haben wir unser Auto einfach mal da. Und das waren für uns so die wichtigen Punkte, warum wir auch einen Wohnwagen statt ein Wohnmobil genommen haben. Natürlich nicht zu vergessen, der Preis ist auch mal dabei eine Sache. Ein Wohnwagen kostet in der Regel ein gutes Stück weniger als ein Wohnmobil, weil man kein ganzes Fahrzeug mehr dabei hat. Erst recht, wenn man wie ich ein Fahrzeug hat, was man dafür gut nutzen kann, war das für uns die richtige Lösung. Also Wohnwagen ist das, was für uns richtig ist. Ihr seht aber an den Beschreibungen, die wir haben und dass auch wir da total konträr sind, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Es gibt da keine klare oder keine vorgefertigte Antwort, wer was nehmen soll. Hans, bei euch wird es ein Camper-Van. Beschreib mal, warum es das sein soll. Ein bisschen kommen wir uns raus, es soll flexibel sein und die Plätze müssen gewechselt werden. Aber was gibt es denn noch, was euch da dran reizt? Ja, bei uns ist das eine zum anderen Kommen. Wir haben schon gesagt, dass wir auch ein neues Zweitfahrzeug brauchen. Unser, das wird jetzt dann in die Jahre kommen, kommt der TÜV wieder, muss man auch immer schauen, ob man überhaupt durchkommt. Und da ergibt sich das halt einfach, dass man sich einen Camper-Van holt, der alltagstauglich ist, den meine Frau dann auf dem Weg in die Arbeit nutzen kann, den kleinen Kindergarten da mitbringen kann. Da ist das schon eine ganz praktische Sache, nicht ein drittes Campingfahrzeug rumstehen zu haben. Man muss sich ja darum kümmern, man hat Verschleißteile, man hat Servicesachen, man hat Kosten, die halt einfach so ein Fahrzeug mit sich bringt. Und wenn man halt den dann im Alltag auch nutzen kann, ist das für uns ein unschlagbares Argument gewesen, weil eben ein neues Fahrzeug her müssen hat und der Wohnwagen aktuell halt auch gut verkaufen gegangen ist. Man weiß es ja, der Markt ist leer gefegt, da hat man gerade die Möglichkeiten, den auch wieder zum vernünftigen Preis zu verkaufen. Und dann haben wir uns mal auf den Deal eingelassen und haben uns dafür entschieden, dass eben so ein Camper-Van zum holen. Natürlich, wenn man auf den Camper-Van an sich eingeht, wie du gesagt hast, wir wollten einen festen Schlafplatz haben. Den haben wir jetzt mit dem Doppelstockbett. Wie es sich dann bewährt, wird es aufkommen. Ich hoffe mal, dass wir uns da richtig dafür entschieden haben. Aber ich denke auf jeden Fall, dass das eine gute Option jetzt war, wie wir uns da entschieden haben. Wir wollten eine komfortable Sitzmöglichkeit haben. Wir wollten flexibler auf die Reisen sein, dann auch mal unter der Fahrt stehen bleiben können, irgendwo eine Pause einlegen können. Und ich habe mal mit dem Camper-Van, drehst deinen Sitz um, hockst in deiner Dienette, hast deinen Tisch da, kannst mal schnell ein bisschen was klein schnippeln für den Kleinen, was essen, ein kleines Spiel machen, eine kleine Pause machen. Und man kann halt viel flexibler einfach mal losstarten. Wir haben immer alles dann im Fahrzeug. Beim Wohnwagen heißt es doch erstmal ankuppeln, anhängen, losfahren, am Campingplatz wieder abhängen. Und wenn man dann von einem zum anderen Platz will, müssten wir das jeden Tag machen. Und das war es uns nicht mehr wert. Das hat uns zu viel Zeit von unserer Freizeit gekostet. Wir wollen mal spontan am Wochenende los. Und das ist, glaube ich, mit dem Camper-Van für uns jetzt am einfachsten möglich. Und darum wird das wahrscheinlich jetzt in Zukunft alles mit dem Camper-Van funktionieren für uns, denke ich. Sehr sinnvolle und gute Anmerkungen, die da gibst. Ich stimme dir bei fast allem zu. Deswegen war für uns das Wohnmobil auch immer im Gedanken mit drin, weil das bietet genau die Vorteile, die du gerade gesagt hast. Ob das mit dem Wohnwagen nachteil ist, werden wir diesen Sommer ausprobieren. Wir haben uns geplant, dass wir eine kleine Tour machen mit mehreren Plätzen und alle paar Tage den Platz wechseln. Kann sein, dass wir danach sagen, das ist nicht das Richtige für uns. Wir müssen das anders machen. Entweder nur noch ein Platz oder ein anderes Fahrzeug. Aber das werden wir dann sehen. Ich hoffe, wir haben euch hier einen kleinen Überblick gegeben über die verschiedenen Freizeitfahrzeuge, die es gibt. Über die Vor- und Nachteile, über die Eigenschaften, über das, was wir wichtig finden dabei. Es geht immer viel dabei darum, was die persönliche Meinung ist. Was möchte ich mit meinem Freizeitfahrzeug machen? Was sind meine Bedürfnisse und Anforderungen? Und das entscheidet, was das persönliche Freizeitfahrzeug wird. Es gibt kein Falsch, es gibt kein Richtig, es gibt kein Gut und kein Schlecht. Jeder muss machen, was er möchte und jedem das Seine, wie man so schön sagt. Ich danke für euer Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr uns bei den einschlägigen Podcast-Plattformen bewertet, ein Like da lasst, folgt, vielleicht ein Kommentar da lasst. Wenn ihr in Kontakt treten wollt, kommt auf unser Instagram-Profil, schreibt uns eine DM oder einen Kommentar. Ihr könnt uns auch per E-Mail erreichen. Wir freuen uns auf Interaktion, wir freuen uns auf die kommenden Folgen und wir hoffen, es hat euch gefallen. Dankeschön. Da schließe ich mich gern dir an, Tobi. Bis zum nächsten Mal. Ciao, servus.